in den kommenden Minuten einfach einmal darauf, wie Sie Trends mit dem MetaTrader 4 bestimmen können und aus diesen Trends heraus Ihre Handelssignale auch suchen können. Wir können uns ja durch die Technik auch unterstützen lassen. Dafür gibt es die Technik, ja Computer sind da, um uns zu unterstützen. Auch in diesem Bereich hier für das heutige Webinar gilt auch wieder der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das gilt für all das, was wir jetzt hier miteinander besprechen. Die Agenda für die folgenden Minuten ist das Thema Trendbestimmung mittels gleitender Durchschnitte. Das machen wir wirklich gleich auch mal direkt im MetaTrader, dass Sie das auch direkt bei sich auf dem PC gleich mit einstellen können, wenn Sie mögen oder dann später, wenn Sie sich das Video immer wieder anschauen. Und danach schauen wir einfach mal auf Setups, die wir aus diesen Informationen aus dem Markt entsprechend auch herausziehen können. Da habe ich für Sie vorbereitet das sogenannte Golden Cross und das Death Cross und Pullbacks zu dem gleitenden Durchschnitt in einem Trend. Wie können wir dann mit den gleitenden Durchschnitten am Markt bzw. in der Charttechnik arbeiten? Wir können durch gleitende Durchschnitte, beispielsweise im Tageschart, eine Trendeinteilung vornehmen. Und zwar mit kurzfristigen Trends wird häufig mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage gearbeitet. Mittelfristig wird der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage genommen. Und im langfristigen Bereich arbeitet man sehr, sehr häufig mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Diese Durchschnitte werden im Normalfall auf Schlusskursbasis berechnet. Und die Berechnung findet als einfache Berechnung statt, exponentielle, geglättete oder auch linear gewichtete Berechnung. Das heißt, das sind ein paar andere Art und Weisen, wie der gleitende Durchschnitt berechnet wird. Aber es geht halt entsprechend alles immer auf die Schlusskurse der Zeiteinheit ein, die Sie sich hier anstellen. Das heißt, wenn Sie das Ganze im Tagestrend machen, wird der gleitende Durchschnitt auf Tagesbasis berechnet. Wenn es ein Stundentrend ist oder ein 5 Minuten, dann ansprechen auf dem Stundentrend bzw. den entsprechenden 5 Minuten Trend. Das heißt, die Zeitspanne, die Sie sich hier auswählen, also ob Sie den kurz-, mittel- oder langfristigen Trend betrachten, der ist dann in der Regel immer davon abhängig, welchen Handelsansatz Sie persönlich entsprechend auch verfolgen. Anton, ich sehe gerade, der Trend ist your friend. Das ist genau der Punkt, warum ich das Thema auch aufgenommen habe mit diesem Titel. Viele, viele Handelssignale basieren auf Trends und deswegen müssen wir Händler einfach genau wissen, was der Markt gerade hier entsprechend auch mitspielt. Das heißt hier, wenn wir eine Trendbestimmung machen, dann kann man das durch einen total einfachen Markt machen und wenn die Preise über diesem gleitenden Durchschnitt liegen, dann ist es ein aufwärts tendierender Markt. Wenn die Preise unter diesem gleitenden Durchschnitt liegen, dann wird gesagt, handelt es sich um einen abwärts tendierenden Markt. Das stellen wir jetzt hier auch einfach einmal ein. Wir nehmen mal den US-Tech-Index und ich mache mal ein neues Chartfenster auf. Hier habe ich für Sie jetzt mal ein Chartfenster genommen, wo wir etwas mehr Kontrast haben. Ich hoffe, das sieht man im Video auch entsprechend gut. Das heißt, ich habe mal den schwarzen Hintergrund genommen und hier einfach einen Balkenschart entsprechend hineingemacht. Sie können natürlich mit einfachen Mitteln aus diesem Balkenschart auch einen Kerzenchart machen, wie Sie das Ganze für sich selbst am besten haben möchten. Und ich habe ja gesagt, die einfachste Art und Weise, die wir nutzen können, ist, wenn wir einen einfachen Indikator reinlegen. Ich lege jetzt hier mal einen SMA50 rein. Den mache ich mal in der einfachen Berechnungsmethode. Hier können Sie auch noch auswählen, auf was der berechnet werden soll. Das heißt, Sie können auch noch ganz individuelle Einstellungen machen. Ich arbeite mit der Standardeinstellung. Das heißt, ich lasse die Berechnung immer auf den Schlusskurs machen. Sie können aber auch mit den entsprechenden anderen Werten hier für Sie im Markt auch arbeiten und dann den Index entsprechend anzeigen lassen. Das heißt, wir sehen jetzt hier in diesem Chart vom US 100, also vom technologielastigen Index Nastic 100, einfach einmal den gleitenden Durchschnitt. Ich stelle jetzt hier mal noch um in den Tagesschart. Und da gibt es die einfache Regel, wenn der Markt über dieser Linie ist, ist er eher long zu sehen. Wenn der Markt unter dieser Linie ist, ist er eher short zu sehen. Das ist das Einfachste, was es gibt. Sie sehen hier entsprechend auch selber, das funktioniert allerdings nicht ganz so gut. Deswegen ist es auch die einfachste Methode. Ich persönlich arbeite überhaupt nicht mit dieser einfachen Methode, sondern ich persönlich baue mir für die Beurteilung des Ganzen ein ganz, ganz anderes Bild entsprechend auf. Und da schauen wir gleich mal in die zweite Situation hinein. Nämlich, dass wir sagen, wir arbeiten hier mit einer Doppelkombination. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer Kombination aus einem kurzfristigen und einem mittelfristig gleitenden Durchschnitt. Und wenn es hier so ist, dass der kurzfristige über dem mittelfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir eher einen aufwärts tendierenden Markt. Liegt der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter dem mittleren gleitenden Durchschnitt, dann haben wir eher einen abwärts tendierenden Markt. Das heißt, wir schauen jetzt hier direkt auch mal wieder in den Chart rein. Jetzt habe ich ja hier den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage reingelegt. Und wir legen jetzt hier als zweites einmal einen schneller laufenden hinein. Das heißt, ich lege jetzt mal den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage in den Markt hinein. Den berechne ich auch wieder auf dem Schlusskurs. Und damit werden wir gleich sehen, was der Markt hier macht. Hier sehen wir nämlich, dass dieser kurze, also dieser schneller laufende, um diesen etwas langsam laufenderen Index hin und her oszilliert. Und da haben wir jetzt die Situation, dass der Index halt manchmal drunter ist und manchmal drüber ist. Und da können wir entsprechend auch das Ganze mit dem Markt auch beobachten. Und hier haben wir die Situation, dass gesagt wird, wenn dieser kurzfristige halt über diesem mittelfristigen liegt, dann haben wir einen aufwärts trendierenden Markt und umgekehrt. Und das sehen Sie hier auch sehr, sehr schön. Hier waren wir mal kurz drunter. Da lief der Markt halt in seine Korrektur. Völlig normales Bild, ja. Und danach ist er wieder oben drüber gelaufen. Und wir sehen, was der Markt dann auch gemacht hat. Der hat sich sehr, sehr schön entsprechend nach oben entwickelt. Natürlich gibt es immer etwas zeitlichen Verzug. Das heißt, wenn die Märkte so erratisch wie hier an dieser Stelle nach unten laufen, dann braucht natürlich der gleitende Durchschnitt der 20 Tage auch etwas, um darauf zu reagieren auf diesen Markt. Allerdings sehen wir halt, dass hier schon eine viel, viel bessere Ausgangslage da ist, zu sagen, okay, der Markt wird dann long gehandelt, wenn der 20er gleitende Durchschnitt beispielsweise über dem 50er gleitende Durchschnitt ist. Aus dieser Strategie, dieser Kombination von zwei dieser gleitenden Durchschnitte kann dann auch eine Handelstrategie entwickelt werden. Aber für diese Handelstrategie wäre es dann auch noch klug, wenn man sagt, wir haben jetzt hier diese beiden entsprechenden gleitenden Durchschnitte als Signalgeber. Wir geben einfach nochmal einen dritten gleitenden Durchschnitt hinzu. Und dieser dritte gleitende Durchschnitt gibt so, sage ich mal, die allgemeine Marktentwicklung mit. Und zwar arbeiten wir da in diesem Bereich mit einer Dreifachkombination. Das heißt, wir nehmen die Doppelkombination, wie wir sie gerade besprochen haben, und legen noch einen langfristigen gleitenden Durchschnitt drüber. Und dieser langfristige GD gibt dann entsprechend die Trend- und auch die Trade-Richtung vor. Das heißt, wir kriegen eine Trendrichtung durch den langsamsten gleitenden Durchschnitt und handeln entsprechend die Signale aus der Doppelkombination in Richtung des entsprechenden Trends. Das heißt, hier lege ich jetzt in diesen Chart einmal den längerfristigen gleitenden Durchschnitt noch mit rein. Das heißt, wir nehmen hier mal den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage mit in den Markt hinein. So, und da sehen wir sehr, sehr interessant, wo man einfach sagen kann, wenn der Markt über dieser roten Linie ist, also über dem gleitenden Durchschnitt der 200 Tage, dann werden wir nur Long-Signale handeln. Das heißt, die Signale, die entsprechend aus diesen Schneiden hier, dieser Linien kommen. Das heißt, hier in dieser Phase werden nur Long-Signale getradet. In der Phase, die wir hier vorher etwas gehabt haben, wo wir gesehen haben, der Markt lief auch einmal etwas drunter. Hier beispielsweise, wenn der Markt unten drunter, da gibt es halt einfach keine Long-Signale, die getriggert werden, solange wie der Markt unten drunter läuft. Hier unten beispielsweise sehen Sie an dieser Stelle, da lief der kurzfristige über den mittelfristigen gleitenden Durchschnitt drüber, was eigentlich für einen Long gesprochen hätte. Aber weil der Markt unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage notiert hat, hat sich das hier verboten, weil der Markt hier an dieser Stelle einfach noch nicht so weit ist. Das sehen wir hier auch. Da war der Abwärtstrend entsprechend noch intakt. Es gab zwar hier eine Aufwärtsbewegung, aber wir lagen halt noch drunter. Und damit können Sie sich entsprechend eine Handelstrategie zusammenbauen auf Grundlage von gleitenden Durchschnitten. Und damit können Sie die Märkte auch relativ leicht screenen und sagen, in welcher Situation befindet sich denn jetzt entsprechend der Markt. Und darauf können Sie dann Ihre Handelssignale ziehen. Und diese Handelssignale, die können entsprechend so ausschauen, dass wir hier eine Kombination aus dem schnellen und den langsamen gleitenden Durchschnitt für die Trend oder Trade der Öffnung nutzen. Und da haben wir jetzt hier das Golden Cross und das Death Cross. Die bespreche ich gleich beide nacheinander. Und da sehen wir jetzt hier die Kreuzung. Im Golden Cross ist es so, dass der schnelle Durchschnitt, den langsameren Durchschnitt von unten nach oben durchschneidet. Das wäre dann entsprechend ein Kaufsignal im Markt. Das heißt, was wir hier dann sehen entsprechend, wäre dann die Situation, dass der Markt hier beispielsweise, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, dass wir hier mal etwas sehen. Ich mache mal den Chart etwas größer. Wir haben jetzt hier also im Grunde genommen einen Markt, der über der 200er-Tage-Linie liegt. Das heißt, wir handeln immer dann long, wenn der kürzere, den mittleren gleitenden Durchschnitt von unten nach oben schneidet. Das war jetzt hier entsprechend der Fall gewesen. Das heißt, hier hätten wir ein Kaufsignal gehabt. Und dann wäre jetzt hier die logische Konsequenz die gewesen, dass man hier in diesem Bereich in die Long-Richtung mit einsteigt. Wo gemerkt, das ist jetzt hier der Tagesschart, nicht der 5-Minuten-Chart. Das heißt, auch dieses Handelssignal wäre dann entsprechend aufgekommen. Die entsprechende Markierung haben wir als hier. Hier wäre dieses Kaufsignal entsprechend gekommen an dieser Kerze. Es hat aber eine ganze Weile gedauert, bis der Markt das Ganze dann auch getriggert hat. Weil diese Kerze hat das Signal gegeben hier. Das war die Kerze vom, wir schauen mal ganz kurz, vom 14.05. Danach ist der Markt noch weiter in die Korrektur nach unten gegangen und hat dann nach oben gedreht. Aber nichtsdestotrotz, das Signal wurde hier getriggert. Das heißt, wir müssen hier einfach nur geduldig warten, bis der Markt das Ganze spielt und nicht blind reingehen. Und danach ist der Markt halt auch schön nach oben gelaufen. Das ist genau das Bild, was wir hier sehen. Und diese Art und Weise des Tradings lässt sich halt ganz gut auch mit der Kombination von Zeiteinheiten machen, wenn wir im untergeordneten Markt nichts weiter sehen. Das heißt, was wir hier ja an dieser Stelle entsprechend sehen ist, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ich glaube, ich habe jetzt hier eine völlig falsche Trendfarbe. Ich mache mal die Linie kurz für Sie gelb, dass wir die hier sehen können. Wir hatten hier ja das Signal an diesem Tag und dann hat der Markt entsprechend untergeordnet, haben hier sozusagen einen kleinen Abwärtstrend gemacht. Das ist das, was wir in der Stunde dann sehen. Das heißt, wir sehen hier, der Markt trendiert noch nach unten ab. Und dann kam die Situation, dass der Markt wieder nach oben gedreht ist. Er hat sozusagen diesen Abwärtstrend hier, den untergeordneten, den sehen wir jetzt im Tag nicht, in der Stunde sieht man den dann schön, hat er gebrochen, hat nochmal korrigiert. Und damit mit dieser Korrektur dann mit der nächsten Aufwärtsbewegung einen entsprechenden Aufwärtstrend gemacht. Und das, liebe Zuschauer, das ist genau das Zeichen, was wir sehen wollen, dass der Markt entsprechend uns ansagt, wann wird denn dieses Signal getriggert. Das heißt, das ist mal die Art und Weise, wie ich persönlich, Mike Seidel, solche Signale auch trade. Das heißt, ich lasse mir wirklich vom Markt sagen, wann es hier losgehen kann. Und das funktioniert wirklich in den meisten Zeiteinheiten. Mit den kleinsten Zeiteinheiten im Minutenchart oder im Drei-Minuten-Chart habe ich persönlich nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Deswegen trade ich diese kleinsten Dinge in der Regel nicht. Aber das kann ja bei Ihnen trotzdem ganz genauso funktionieren. Und das ist der Ansatz, wie ich das Ganze mache. Absicherung natürlich erstmal Grundlage hier unten. Das war das Korrekturativ. Und dann konnte man halt schön nachziehen. Beziehungsweise man schaut sich das Ganze auch in der Stunde an, was hier in diesem Bereich auch in der Stunde passiert ist. Und das sehen wir ja entsprechend. Das war mal der Trendverlauf, den ich gerade im Tageschart eingezeichnet habe. Und hier sehen Sie mal, wie die Stunde gelaufen ist. Und wir sehen in der Stunde sogar die Bewegungs- und Korrekturtrends. Also das ist ein Traum, was hier passiert. Und da hatte man sogar die Möglichkeit, jetzt hier den Markt nach oben zu traden. Er hat jetzt das Ganze hier gebrochen. Und als sich hier in der Stunde der nächste Aufwärtstrend gebildet hat, hätte man sogar schon etwas früher reinkommen können hier in diesem Markt. Das heißt, da kann man die untergeordneten Zeiteinheiten entsprechend hier bei diesem Handelssignal Golden Cross auch dazu nutzen, etwas früher in den Markt hinein zu gehen. Man darf es ja nur nicht übertreiben, wenn die vorhergehenden Trends noch gegenein stehen, kann das nämlich ziemlich schnell nach hinten losgehen. Und damit schauen wir uns das Gegensignal an, entsprechend das Death Cross. Hier haben wir die gleiche Kombination, das heißt, wir nehmen diese zwei gleitenden Durchschnitte, das heißt den schnellen und den langsamen. Und wenn die Kreuzung jetzt von oben nach unten kommt, dann haben wir entsprechend das Verkaufsignal, was wir hier haben. Absicherung können Sie dann zum Beispiel am derzeitigen Trend hoch machen, wie ich es gerade am Trend tief gemacht habe, in der Lungenrichtung. Ziele, die können wir auch sehr, sehr schön aus dem Chart herausziehen. Das schauen wir uns gleich auch mal noch in einem anderen Chart an. Und den Stopp-Nachzug, den können Sie beispielsweise machen durch das Trailing mit dem langsameren gleitenden Durchschnitt oder durch eine Bar-by-Bar-Methode, dass Sie Stück für Stück nach oben ziehen. Das liegt dann an Ihrer Handelsstrategie, wie Sie das Ganze umsetzen. Und das Death Cross, das schauen wir uns mal an einem anderen Markt an. Und zwar schauen wir uns hier mal den Euro-US-Dollar an, einen kleinen Augenblick, weil das ist ein schöner Markt, wo wir das gut sehen können, wie die gleitenden Durchschnitte sich auch verändert haben. Und zwar schauen Sie sich das Bild hier, was wir hier haben, ruhig einmal an. Wir hatten hier entsprechend einen Markt, der den gleitenden Durchschnitt der 200er Tage hier übertroffen hatte. Das heißt, da lief der Markt schön nach oben. Wir hatten hier auch regelmäßig die Situationen, dass wir entsprechend hier die Kreuzung von unten nach oben gesehen hatten. Wir hatten hier auch Abwärtsbewegungen, ganz klar, jetzt lief es aber hoch. So, jetzt haben wir hier die Situation, der Markt ist nach unten gelaufen. Wir haben hier auch einen intakten Abwärtstrend. Das sehen wir auch daran, dass die kurzfristigen gleitenden Indizes auch definitiv mit nach unten gehen. Und das sind Märkte, wo wir dann sozusagen das Ganze auch zum Trading nutzen gehen. Und jetzt schauen wir einfach mal in den Stundentrend hinein, wo wir solche Sachen natürlich auch wieder sehen. Der Markt ist jetzt gerade in der Korrektur. Das heißt, hier spielt jetzt der 200er gleitende Durchschnitt nicht so eine große Rolle, weil wir wissen ja, der Tag ist abwärtsgerichtet und gerade in seiner Korrektur. Deswegen haben wir einen Aufwärtsmarkt. Aber was wir hier immer sehr, sehr schön sehen, ist, wenn wir beispielsweise mal das Timing im Stundentrend machen, dass wir hier wirklich Situationen haben, wo der kurze gleitende Durchschnitt über den mittelfristigen gelaufen ist und dann wieder rumgedreht hat. Und hier sehen Sie, haben wir sehr, sehr schön die Verkaufssignale, die hier entstehen. Und die laufen dann auch mit Nachhaltigkeit nach unten. Und das sind die Dinge, die können Sie sehr, sehr, sehr schön machen. Und Sie können hier beispielsweise auch den Stopp-Nachzug entsprechend, sage ich mal, intuitiv handeln. Wenn Sie beispielsweise merken, dass der Markt immer wieder an den mittelfristigen gleitenden Durchschnitt ranläuft und dann unten drunter nach unten schön weiterschiebt, dann wäre es halt nicht ganz so schlau zu sagen, okay, ich gehe jetzt direkt mit dem gleitenden Durchschnitt raus, weil der Markt läuft dann wieder runter. Dann brauchen wir als Händler einen Blick auf den Markt und sagen, was läuft denn hier. Also in solchen Fällen wäre es dann viel ratsamer zu sagen, okay, wir ziehen die Stops entsprechend immer mit den entsprechenden Markt-Tiefs nach. Das heißt, der Markt korrigiert ja hier immer wieder etwas nach oben und dann können wir sehr, sehr schön nach unten nachziehen. Das ist dann der entspanntere Stopp-Nachzug, weil der Markt momentan hier nach unten das Ganze hält und wir entsprechend rausgehen können. Und da sehen wir, kommen wir viel, viel weiter in den Markt, als wenn wir uns am gleitenden Durchschnitt diesen gelben absichern würden, diesen etwas langsameren. Es gibt aber auch immer wieder Märkte, da läuft er in Richtung des Langsameren, aber dreht vorher wieder um. Aber wenn er dann durchbricht, dann wäre das die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt nehmen wir das Trailing am gleitenden Durchschnitt. Das heißt, auch hier ist es für uns Händler wichtig, dass wir sehen, was der Markt entsprechend macht, um dann entsprechend das Ganze zu sehen. Wir haben das hier gehabt in dieser Aufwärtsbewegung. Da sehen wir, ist der Markt immer mal runtergelaufen, aber nicht durch. Jetzt ist er durchgegangen und jetzt wäre es vielleicht Zeit zu sagen, okay, man macht hier mal eine Gewinnmitnahme, weil der Markt doch deutlicher in die Korrektur hineingelaufen ist, als es bisher der Fall gewesen ist. Also das sind die Dinge, die wir hier ohne weiteres entsprechend auch über die Golden Cross und Golden Death Handelssignale traden können. Und ein drittes Signal möchte ich hier gerne auch nochmal mit Ihnen besprechen. Und zwar ist das das Thema Pullback in einem Trend. Das heißt, hier haben wir innerhalb eines Trends das Zusammenspiel dieser gleitenden Durchschnitte. Meistens ist es der 20er, der 50er und der 200er, im kurzfristigen Bereich sind es dann meistens der 20er und der 50er auf Tagesbasis, die hier häufig relevante Märkte sind und relevante auch Signalgeber. Das heißt, hier ist es so, wenn wir bei der Beobachtung des Trendsverlaufs in Zusammenarbeit mit den entsprechenden gleitenden Durchschnitten immer wieder sehen, der Markt läuft an einen solchen Durchschnitt ran und prallt dann davon ab. Dann können wir sogenannte Abprallstrategien an solchen entsprechenden beachteten gleitenden Durchschnitten umsetzen, weil sich das Verhalten in einem Trend häufig lange Zeit nicht ändern. Das heißt, hier können wir wirklich dazu nutzen, den GD als Signalgeber zu nutzen, als Abprall sozusagen. Die Absicherung wäre dann zum Beispiel, wenn wir Long gehen, unter dem Tief der berührenden Kerze, wenn es der Markt so entsprechend hergibt. Und das Ziel des Trades ist es dann sozusagen in den Bewegungsarm hinein zu traden. Und den Stopp-Nachzug können wir dann sozusagen wieder entweder im kurzfristigen Bereich über das Thema Bar bei Bar machen oder durch untergeordnete Trends. Das kommt dann darauf an, was der Markt, was der entsprechende Chart, den wir hier betrachten, auch mit hergibt. Und damit schauen wir uns einfach mal einen Markt an, dass wir uns, nehmen wir mal einen trendigen Markt, dann nehme ich mal den S&P 500 beispielsweise, wo wir Dinge miteinander auch einfach jetzt mal beobachten wollen. Und zwar schauen wir uns diesen Markt mal an, wie er entsprechend hier reagiert hat. Und im kurzfristigen Bereich, was wir jetzt hier haben, haben wir jetzt hier schön den aufwärtslaufenden Markt, wir haben hier schön diesen aufwärtslaufenden Trend gehabt. Und da sehen wir hier beispielsweise jetzt mal im längerfristigen Zeitrahmen, dass der gleitende Durchschnitt 20 hier in diesem Tageschart eher selten eine Rolle gespielt hat. Das heißt, aus diesem Grund brauchen wir diesen 20er Durchschnitt nicht beachten für eine solche Abpreistrategie. Wir haben hier den 50er gleitenden Durchschnitt und da haben wir Phasen, in denen der Markt diesen doch etwas beachtet hat. Wenn wir solche Phasen haben, können wir diesen beachten. Aber es ist halt auch darauf zu achten, dass diese Linien auch immer mal ein Stück unterschritten werden können, bevor der Markt hochgeht. Das heißt, hier machen wir auch wieder genau das Gleiche. Wir schauen in die untergeordneten Zeiteinheiten, was in diesem Bereich dann entsprechend der Markt auch macht. Jetzt schauen wir uns mal ein längerfristiges Bild an. Das heißt, hier gucken wir mal mit Absicht in diesem Webinar auf die 200er Tageslinie. Und da haben wir hier Situationen, die echt interessant sind, weil wir hier in diesen Märkten Situationen hatten, wo, entschuldigen, das war die falsche Farbe, wir wollen ja auch was sehen, wo der Markt immer mal wieder diese Linie ganz kurz durchbrochen hat und dann, sage ich mal, mit Schmack es wieder hochgelaufen ist. Und das haben wir hier auch in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass wir hier die Situation auch hatten, wo diese Unterstützung der 200er Tage Linie doch sehr, sehr gut gehalten hat. Und das sind die Momente, wo wir sehen können, da sind sozusagen aus dem laufenden großen Trend Rückzüge auf diese 200er Tage Linie da gewesen. Und das können wir dann sozusagen aus dem Pullback heraus in die übergeordnete Richtung schwelten. Und das sind dann, wenn Sie das so wie hier auch sehen, immer sehr, sehr interessante Möglichkeiten, in den Markt auch reinzugehen an diesen Stellen mit geringem Risiko. Wir können uns hier wirklich sehr, sehr relativ eng auch absichern, immer bezogen auf die Zeiteinheit und den Zeitraum, den wir traden. Jemand, der einen Future im Fünf-Minuten-Bereich handelt und im Tagesbereich eher einen ETF oder einen CFD auf diesen Index handelt, der wird wahrscheinlich sagen, na gut, im Tagesbasis ist das okay, aber im Fünf-Minuten-Chart ist so ein weiter Weg nach unten natürlich viel zu groß. Das heißt, hier muss man auch immer sehen, welche Zeiteinheit wir das Ganze betrachten. Aber die Idee, die ich Ihnen hier einmal schildern möchte, ist halt einfach zu sagen, wir schauen mal, wie und wo sich entsprechende gleitende Durchschnitte im Trends verhalten, beziehungsweise wie sich der Markt an diesen Durchschnitten verhalten. Und wenn wir hier an diesen Märkten, an diesen Linien immer wieder Rückschübe in die entsprechende Trendrichtung dann sehen, dann können wir hier in dem Markt natürlich diesen entsprechenden gleitenden Durchschnitt beachten und unsere Trades an dieser Stelle auch unter geringem Risiko mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis im Markt auch platzieren. Ich hoffe, diese Informationen, die ich Ihnen hier gegeben habe, können Ihnen helfen, eigene Setups gut zu strukturieren, Ihren MT5 hier bei Tickmill auch schön einzustellen, damit Sie die Märkte auch schnell und zügig nach entsprechenden Situationen auch am Markt mithalten können. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit diesem neuen Wissen oder erweiterten Wissen, weiterhin gute Trades und ein erfolgreiches Händeln. Und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie einfach auf uns zu.